Wie, nur ein Zwischenspeicher! Ach, leck mich doch, ey. Zwischenspeicher bringt mir ja auch nix. Oh, Mann. Wieder diese Grinsebacke da oben. Toll. Dann halt so. Wo ist jetzt er hier geblieben? Das ist mir mal gerade egal, ob da zehn Münzen liegen. Meine Fresse, ist das ein Kacklevel hier. Ich hoffe mal nicht, dass die alle so heavy sind. Äh. Wuh! Es war so klar. Dieses Drecks-Eis, ich seh's einfach nicht, weil's nicht blau ist. Haaah. Alter. Wie noch in vorne alles? Ey, die haben doch blau in dem Spiel. Das Ding, das blitzelt doch blau. Dann hätten sie das Eis doch blau machen können. Ja, natürlich. Schlüssel holen. Jetzt hab ich ein Kack-Timing. Nee, das ist doch kein Kack-Timing. Hm. Na gut, hier kriegen wir ja wieder das Großmach-Ding. Ups. Auf die zwei Münzen kacke ich jetzt einfach mal. Hm. Pff. Das nehm ich mit. Das ist mir eben auch passiert, oder? Komm her. Drecksvogel. Okay. Oh, das wird jetzt schwierig. Obwohl, ne. Ich kann ja einfach... Oh. Haha. Wie gesagt... Ne, ich muss ja gar nicht hier rein. Dann nehmen wir hier noch ein paar. Münzchen mit... Ach nein, ich hab mich schon gefreut, ey. Oh, das war... Das ist mir wieder egal. Aber es ist bestimmt in einem so'n Block drin. So, jetzt dran denken. Wer ist Eis on the floor? Ich spring da einfach drüber. Mal gucken, wie es hier so abdüselt. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Das ist mir egal. Das ist mir so kacken egal. So, rein. Nein, das ist mir gar nicht kacken egal. Ich kann diese Kacke, die ich öffne, weil ich klein bin. Okay, ja. Vielleicht. Ne. Ich hätte doch einfach nur fliegen müssen. Ne, ich kann gar nicht fliegen. Aber ich hätte den... Oh, ey. Das Level mach ich jetzt noch. Und dann ist aber auch Ende wieder hier. Es macht zwar Spaß, aber es ist anstrengend. Weil es halt schwer ist. Es ist halt kein Mario-Kinderspiel, ne? Muss man dazu sagen. Also jedenfalls, ich hab damit meine Probleme. Und das heißt ja nix. Ich glaub, Christoph ist eigentlich ganz gut hier durchgekommen. Der hat, glaub ich, gar nicht so Probleme gehabt wie ich. Und dann ist es, glaub ich, auch hier total durchgeflogen. Aber ich hab hier halt ein paar Problemchen mit. Er hat nach Hamburger geschmeckt. Ich hab mir heute Hamburger gemacht, selbst gemacht. War wieder sehr lecker. Ich mach mir immer Salat in die Bulette rein. Klingt komisch, schmeckt aber ganz lecker. Und, äh, Sake ist da auch dran. Äh, ja. Noch irgendwas? Zucker. Ein bisschen, nur so eine Prise. Hört sich sehr merkwürdig an, aber es schmeckt lecker. Äh! Ich muss hier doch gar nicht rein. Hab ich schon mit den Münzen. Jedenfalls ein paar von denen. Nee, mach du erstmal deinen Blitz, genau. Okay, einmal können wir drauf landen. That is very interesting. Ich muss nur diesen Karg-Schlüssel darüber werfen und rübergleiten. So. Okay. Hoch. Und nach links. Nein. Ich bin einmal zu viel gesprungen. Aber ich mag das System von diesem Ding. So. So. Wieso macht man das? This is profihaft. Oh. Was auch immer das ist. Irgendwas wertvolles. Nein. Äh. Uns fehlt eins. Nicht dein Ernst. Ich hab da doch gar keinen Schlüssel gesehen. Ich wollte gerade sagen, gut, aber es ist okay. So. War's das jetzt? Natürlich nicht. Es ist mir jetzt egal. Ich bin so froh, dass man hier keine Unterwasser-Lebensans, also keine Luft... Was bist du denn für einer? Okay. Hier, nimm. Wir holen uns ein paar Herzchen. Würde ich sagen. Auf Kurs C. Guck mal, hier. Einen haben wir schon mal getroffen. Das war der erste. Ach. Ey, das sind, das sind so, so Millimeter. Das hätten sie echt gelten lassen können. Schon wieder. Ha. Das war gut. Das war schlecht. Was reden wir denn für... Zehn, ne? Boah, das ist echt... Also ich glaube, man sollte ja eigentlich viel besser in dem Spiel sein. Okay. Also uns fehlt... ...eins wie vor. Hm. Ja gut. Aber das war's dann jetzt erstmal für heute. Äh, ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Und, äh, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.